Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Blood & Gold, der neue Netflix-Exklusiv-Titel von Regisseur Peter Torwart. Ich bin jetzt du und heute mit dabei beim Nazi-Klatschen ist der Sven. Hallo Sven. Hallo. Sven, ist dir denn der Name Peter Torwart ein Begriff? Ja, natürlich. Ich kenne Bang Boom Bang. Was nicht passt, wird passend gemacht und ich mag sie. Ja, dann sind wir hier schon zu zweit. Gerade Bang Boom Bang ist für mich, glaube ich, wirklich einer der größten deutschen Kultfilme, die es gibt. Schon zigmal gesehen, schon zigmal Spaß mitgehabt. Aber der werte Herr Torwart hat ja jetzt eine, so scheint es zumindest, eine neue Heimat gefunden, nämlich Netflix. Da hat er, glaube ich, vor zwei Jahren diesen Blood Red Sky gedreht, der international unglaublich erfolgreich war. Und jetzt haben sie ihm scheinbar so eine Art Carte Blanche gegeben und der konnte Blood & Gold drehen. Und es geht laut Synopsis um Folgendes. Würdest du dir das so unterschreiben? Genau so, ja. Ach, wunderbar. Gut, dann können wir jetzt mal über den Film an sich reden, den ihr ab dem 26. Mai exklusiv bei Netflix sehen könnt. Ich fall mal gleich mit der Tür ins Haus. Der Film sieht unglaublich gut aus. Der sieht wahnsinnig gut aus. Also, und jetzt kommt dieses böse Wort für einen deutschen Film. Ja, aber es stimmt. Es stimmt wirklich. Also, ich habe ihn angemacht und dachte schon in den ersten paar Minuten, okay, der Stil ist bekannt. Hatte man jetzt auch schon mal mit Sisu. Ich finde, da kann man auch beide ruhig vergleichen. So, auf einem gewissen Punkt, was zumindest die Thematik betrifft. Aber ich war wirklich sehr, sehr überrascht und dachte, wow. Ja, also, tatsächlich musste ich auch an Sisu denken, als ich Blood & Gold jetzt gesehen habe. Ihr hört auch gerne in unsere Sisu-Besprechung rein. Was Sisu aber anders macht, ist, Sisu ist jetzt nicht so, ich nenne es dann mal quasselig, wie jetzt Blood & Gold. Und vor allem ist Blood & Gold schon auch komödiantischer geprägt als Sisu. Ja. Würde ich sagen. Aber was beide aber vereint, sie sind, ich würde sagen, so Exploitation-Filme. Ziemlich klar und deutlich. Und man ist es ja gewohnt, dass wir Deutschen gerne Filme machen, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht oder Nazis. Aber es sind halt dann meist so Filme, die das Ganze verständlicherweise sehr ernst nehmen. Und Blood & Gold ist halt, wie gesagt, Exploitation-Kino. Da schwingt halt noch eine ordentliche Schippe Abenteuer, Action und Komödie mit. Und das kann man unter anderem daran erkennen, wie er zum Beispiel die Figuren zeichnet. Allen voran den SS-Truppenführer gespielt von Alexander Scheer. Der wirklich, wie soll ich mal, ja, versuch mal den zu beschreiben, lieber Sven. Es ist eine Zeit in sehr diabolischen, missgestalteten, da gibt es eine ziemlich eklige Szene, bösen SS-Obersturmbandführers, der über Leichen geht, der kein Gewissen hat, der einfach abgrundtief böse ist. Ja. Und er wird auch wirklich toll gespielt von Alexander Scheer, der ihn wirklich so, also, ich möchte jetzt nicht diese Vergleiche zu Glorious Bastards heranziehen, weil ich finde Glorious Bastards ist dann noch eine ganz andere Art von Film. Aber es ist so eine Art von Darstellung, die der Scheer da macht, das ist eine Figur, die behältst du im Kopf, weil die so heraussticht, weil um sie herum gibt es auch Figuren, die gewisse Charakteristika für sich einnehmen. Aber dieser, von Starnfeld heißt die Figur, der sticht schon sehr deutlich heraus. Und da finde ich es tatsächlich umso schändlicher, dass er nicht wirklich die Screamtime erhält, die er verdient hat. Ja, das ging ja auch so. Also, ich war von ihm schon von Beginn an, direkt an der ersten Szene, dachte ich, oh ja, endlich, endlich habt ihr es verstanden, was das Publikum haben will. Jemanden, wo man seinen Hass wirklich drauf fokussieren kann und sagen, hoffentlich sprengt er dich in alle kleinen Einzelteile. Und ja, da, er fällt leider am Ende, ja, hinten runter. Das war, das fand ich auch sehr schade. Es hat mich so ein bisschen erinnert auch wieder an Sisu, wo bei mir bei Sisu das Problem war, ähm, ich möchte jetzt hier nicht zu tief ins Spoiler-Gefilde gehen, aber am Ende von Sisu kommt es halt zu so einem, ich nenne es mal, ultimativen Kampf. Und der ist tatsächlich sehr einseitig, was ich schade finde. Und hier bei Blood and Gold ist es auch so ein bisschen, man wartet halt darauf, dass der Oberbösewicht, ja, sich dem Oberguten stellt. Aber das Ergebnis ist dann auch, ich sag's mal so, total enttäuschend. Also, ich finde, sie, sie, sie bauschen, aber sie köcheln etwas hoch und kurz bevor es dann endlich zur Fortäne kommt, stellen sie den Herd vom Topf. Das ist leider schade, finde ich. Ja, absolut. Also, ich muss auch sagen, das ist das Einzige, was mich an dem Film wirklich groß gestört hat. Ich hab mich so auf einen blutgetränkten, erinnerungswürdigen Showdown gefreut. Weil es, es baut alles immer weiter auf und immer weiter auf und immer weiter auf und du hockst da und denkst, ja, jetzt, jetzt, jetzt muss doch endlich die Ketten gesprengt werden und los geht's. Und da war ich etwas enttäuscht. Ja. Da machen sie mir zu wenig. Ja, ich muss auch sagen, also, nicht falsch verstehen, der Film ist actionreich. Auf jeden Fall. Ähm, und der ist auch derb. Aber, im Vorfeld wurde mir immer wieder gesagt, boah, der geht richtig auf die Zwölf. Und, ah, ganz ehrlich, richtig auf die Zwölf geht der für meinen Geschmack nicht. Es ist eine gute 7,5, was die Action und die Gewalt gerade angeht. Ich, für meinen Geschmack hätte der gerne noch ein bisschen, nicht unbedingt derber, aber ein bisschen wilder sein können, ein bisschen ungehemmter. Ich finde, dass er immer noch auf mich zumindest in der Sache, in Action, Sachen eher gedrosselt wirkt. Wie war's bei dir? Es ging mir genauso. Ich hab am Anfang, dachte ich, okay, alles gut, schön aufgebaut. Und die Kämpfe sind auch, die ersten Kämpfe im Bauernhaus sind auch super gemacht. Das sieht richtig gut aus, kein Rumgewackel, du siehst alles, es geht auch schon ordentlich hart zur Sache. Und ich hab mich auf mehr gefreut. Aber auch da wurde ich so ein bisschen enttäuscht und zwischendrin hätte mir die ein oder andere Action-Sequenz vielleicht auch noch besser gefallen. Einfach um den Film noch ein bisschen weiter aufzupeitschen. Ja, gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass du mir jetzt hier ein bisschen Konter gibst, aber bislang sind wir wirklich so auf einer Wellenlänge. Das kommt selten vor. Ich bin ein bisschen überrascht. Irgendwas läuft hier gerade schief. Ja, schockiert. Ich hatte tatsächlich auch noch ein Problem und ich möchte hier nochmal sagen, ich fand der Film gut, weil ich jetzt nur irgendwie hier von Problem zu Problem springe. Wir werden auch gleich über positive Sachen reden, deswegen, der Film ist gut, aber ich mach jetzt erstmal die Probleme, für mich die Probleme des Films und danach können wir ins positive Gefilde gehen, also bleib dran. Mein anderes Problem ist der erzählerische Rhythmus, nenne ich es mal. Ich finde, dass der für mich erzählerisch ein bisschen unrund war. Ich hatte das Gefühl, dass der immer wieder so ein Stocken gerät, unter anderem, weil halt eben angeblich wichtige Figuren plötzlich aus dem Film genommen werden. Das wirkte auch fast schon ein bisschen sporadisch. Dann hatte ich auch ein bisschen das Problem, dass sich der Film manchmal ein bisschen unentschlossen anfühlt. Will ich jetzt wirklich Explotationskino machen? Möchte ich jetzt doch was sehr Moralisches dem Zuschauer mit auf den Weg geben? Oder will ich wirklich so, ich sag mal, so ein Fun-Splatter-Action-Film sein? Und zwischen diesen drei Polen zitterte der mir sehr lange, sehr ungelenk immer hin und her. Und das fand ich sehr schade, denn, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der ist für eine Netflix-Produktion mit, glaube ich, gerade noch 100 Minuten wirklich schön entschlackt und kurzweilig. Ja, aber trotzdem, in dem Fall wirklich ein Ticken zu lang, weil, was wir ja schon gesagt haben, ja, das Pacing ist zwischendrin auf Action, wo du denkst, ich will jetzt nicht, dass ihr im Wald rumhängt und dann doch wieder zurückgeht. Und nein, ich will, ja, ich will Gewalt, ich will Action, ich will, schmeiß die Mine aufs Auto oder, was weiß ich, nimm dir einen Zahnstocher und mach sie alle oder lass dir irgendwas anderes einfallen. Da ist auch die, weil sie auch ganz viel Werbung jetzt auch machen, hier 100 mögliche Methoden, Nazis zu töten, da lassen sie sich an, die Kreativität, ja, ist da so ein bisschen, auch ein bisschen runtergeschraubt. Ansonsten, also ich fand jetzt keine ernsten Teile drin, aber ich verstehe, was du meinst, weil ja auch später die Gruppe um Benny Beimer versucht. Du meinst natürlich Schauspieler Christian Kahrmann. Genau, Verzeihung. Ralf Richter hat eigentlich noch gefehlt, der hätte noch gut reingepasst. Ja, versucht ans Gold zu kommen und ja, da kam ich irgendwie aus dem Tritt, weil ich auch nicht, da dachte ich, okay, gut, es ist zwar eine nette Entwicklung, aber das will ich nicht bei so einem Film haben. Ja, es ist so dieses klassische Thema von wegen, der eine Schatz, der halt alle dann kolportiert und am Ende ist das der Schatz, der Untergang für jeden Einzelnen, der mit ihm in Berührung kommt. Ist ganz nett gemacht, aber ich finde halt, was Sisu besser macht, ist, er ist geradliniger. Der hat ein ganz klares Ziel vor Augen und der marschiert los und zack, fertig, der ist auf Effizienz gebürstet. Und mir fehlt bei Blood & Gold teilweise ein bisschen so dieser Fokus auf diese Effizienz. Und ich finde, das ist ein Problem, ich tage das Wort Problem in diesem Podcast sehr häufig, was ich auch schon mit Blood Red Sky hatte, der auch eine an und für sich sehr schöne Geschichte hatte, eine schöne Genregeschichte. Und da steckte alles drin für einen richtig tollen Genrefilm, aber der war mir auch irgendwie nicht effizient umgesetzt. Und das gleiche habe ich jetzt hier bei Blood & Gold, wobei es nicht so hart ist, diese Anti-Effizienz, nenne ich es mal, wie bei seinem Vorgängerfilm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, Peter Thorwart ist ein verdammt guter Regisseur und ich sage es, das, was ich zu Beginn schon mal sagte, der Film sieht herausragend aus. Und es ist ein bisschen traurig, dass die zwei bestaussehendsten deutschen Produktionen der letzten Jahre zwei Netflix-Filme sind, die auch noch Kriegsfilme sind. Nämlich einmal der hier und einmal im Westen nichts Neues. Ja, wobei ich, ich tue mich da immer schwer, das beide, also nicht irgendwie zu vergleichen, aber beide in einem Abenzug zu nennen, weil... Ja klar, das stimmt schon. Das eine ist Salami, das andere ist Sülze, so ein bisschen. Also es ist beides Wurst, aber schon sehr weit voneinander entfernt. Das ist, ich wollte nur damit sagen, es ist schon irgendwie interessant, dass Netflix gerade die optisch zumindest besten deutschen Kinofilme macht. Bei im Westen nichts Neues, der kam ja zumindest auch in die Kinos, den konnte ich ja sogar im Kino gucken und der war da echt wuchtig. Und ich glaube Blood Red Sky, der ja auch bei den Fantasy Filmfest White Nights oder Nights gelaufen ist im Kino. Ich glaube im Kino macht ja auch echt Spaß. Ich habe aber jetzt mehrere Leute gehört, die auch live vor Ort waren. Das muss von Omega Gaudi gewesen sein. Ich glaube, dass du, wenn du den mit richtigen Leuten guckst, im richtigen Ambiente, dass diese ganzen Verfehlungen unserer, aus unserer Sicht nach, gar nicht so schwer ins Gewicht fallen. Aber wenn du halt eben wie wir beide jetzt zu Hause auf der Couch auf Netflix guckst, achtet man glaube ich mehr auf solche Kleinigkeiten. Ja, wobei ich glaube im Kino hätte ich mich auch etwas an der fehlenden Action und an dem Showdown ein bisschen gestört. Gerade wenn du halt einfach diesen Vergleich zu Sisu hast und da ist es, der hat mir einfach, der hat mir einfach, ja mehr Spaß gemacht. Klar ist er, er ist brutaler, das muss man definitiv sagen, aber er hat halt ein paar Szenen, die sich bei mir eingebrannt haben. Und das ist bei Blood and Gold, ohne dass jetzt, also das ist nicht böse gemeint, aber ich finde ihn gut, aber es ist jetzt keine Szene wie zum Beispiel die fliegende Mine bei Sisu. Ja, oder wie unterlebe ich unter Wasser. Oder, ja, stimmt. Also okay, nee doch, der Kuss, den Kuss, den werde ich glaube ich so schnell nicht vergessen, der war wirklich widerlich. Ja, ich glaube, was für mich auch ein bisschen das Problem war oder ist, ist halt einfach das Marketing des Films. Ich habe den Trailer gesehen, wo dann irgendwie so eine, ich nenne es mal deutsche Schlagervariante von Painted Black, mit den Rolling Stones läuft und das alles ist dann so geschnitten. Und ich habe assoziiert, dass der Film auch so ist, ein bisschen, ja, verspielt und nimmt sich selbst nicht so ernst und wenn man, oder er nimmt sich auch jetzt nicht so ernst. Aber ich glaube tatsächlich, dass er dann doch ein bisschen noch hüftsteif auf mich wirkt. Also dieser Trailer hat mir suggeriert, das wird ein richtig spaßiger Film, wenn man auf Genre Kino steht und ja, er war spaßig, aber er war nicht richtig spaßig. Ja, so mit angezogener Handbremse, ja, das stimmt. Was sagst du denn jetzt aber mal zu den Schauspielern? Wir haben jetzt schon Alexander Scheer erwähnt als dieser Bösewicht von Starnfeld, der wirklich toll ist und wirklich auch wandelbar. Jetzt haben wir ja mit Marie Hacke und Robert Maser zwei relativ unbekannte Gesichter als Heldenduo. Was sagst du denn zu Bäuerin Elsa und Deserteur Heinrich? Mir haben beide sehr gut gefallen. Ich finde, Maser bringt es schön rüber und die Bäuerin Elsa kann aufgrund ihres Verlustes später dann, zwar kommt es dann zu einer Szene, wo ich mir denke, okay, das, naja. Ja, aber sie zeigen den Hass auf von Starnfeld und Konsorten wirklich gut. Die haben mir gut gefallen. Ich mochte auch den Priester. Es gab jetzt auch wirklich keiner, der mich irgendwie groß gestört hätte. Ich sage das in letzter Zeit relativ häufig. Das erschreckt mich auch sehr, gerade so in Sachen auf deutscher Produktion. Der Priester wird übrigens gespielt von Jochen Nickel oder wie ihn Bang Boom Bang Fans auch kennen als Schrankies Videopower. Du weißt schon, Hardcore, 90 Minuten, echte Gefühle. Ja, ich kann das so, was du zu Robert Maser und Marie Hacke gesagt hast, auch nur mitgehen. Der Cast allgemein finde ich es gut. Es gibt sogar, ich sage mal Inklusion, würde ich auch betrieben, sehr gut und schön. Und ja, ich habe, wie gesagt, es tut mir so ein bisschen leid, weil ich habe das Gefühl, wir haben jetzt die letzten 15, 16 Minuten hier wirklich gefühlt nur auf den Film draufgehauen. Aber ich will das eigentlich gar nicht, weil das ist ein guter Film. Der ist nicht perfekt. Ich finde nicht, dass er das Optimum aus seinem Potenzial rausholt. Aber ich fand es auch irgendwie erfrischend, mal so eine Art von deutschem Genrefilm zu sehen. Zum einen ist der Genrefilm in Deutschland, wird sehr stiefmütterlich behandelt. Und wenn es mal Genrefilme gibt, dann sind das meistens Filme für den DVD-Grabbeltisch beim Saturn. Und auch wie der Film mit der Thematik Nazis und Zweiten Weltkrieg umgeht. Denn der will ja auch kein historisch akkurates Kino sein. Das ist, wie gesagt, der möchte ein Explorationsfilm sein. Die Zeit des Explorationskinos so ein bisschen auch nachahmen. Nachahmen ist natürlich nie so gut wie das Original, aber ich glaube, die Zeit ist einmal vorbei. Aber insgesamt macht er das alles sehr gut. Und ich glaube, das ist eben dieses, ich sag schon wieder, Problem. Dadurch, dass er das ganz gut macht, fällt hier aber auch auf, was er halt nicht gut macht. Und deswegen reden wir, glaube ich, so viel gerade über die Verfehlungen. Ich würde es eher, also ich würde es vielleicht eher vertanen Chancen nennen, weil der macht wirklich viel, viel gut. Wir haben einen richtig toll bösen Antagonisten. Wir haben einen super strahlenden Held. Aber ja, man erwartet halt einfach ein bisschen, da wäre wirklich mehr drin gewesen. Und ich mag ihn auch. Ich würde ihn jetzt auch nicht als schlechten Film bezeichnen. Aber ja, es ist halt die Handbremse. Die müsste gelöst werden. Und da wäre mehr drin. Definitiv. Trotz allem, ich finde, sie sind hier auch im richtigen Weg. Und wenn der Weg mit Blood, Red Sky angefangen hat und Blood and Gold ist jetzt die Erweiterung, bin ich sehr gespannt, was als drittes kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte ein Film sein, wo das Wörtchen Blood im Titel vorkommt. Aber es ist auf jeden Fall, ich finde das, was Peter Thorwart und Netflix da zusammen machen in den letzten Jahren, sehr bewundernswert und sehr toll. Auch wenn mir nicht alles gefällt oder nicht alles richtig gut gefällt. Ich finde, die beiden Filme waren, also auch Blood, Red Sky war jetzt kein Flop. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, warum sie oder warum er mit angezogener Handbremse gefühlt agiert. Ich meine, es kann ja auch sein, dass ihr da draußen sagt so, boah, Leute, habt ihr den Film jetzt gesehen? Und der hat überhaupt keine Handbremse, der geht voll rein. Dann bitte lasst es uns wissen in den Kommentaren. Aber ich für meine Seite und ich glaube, Sven auch, wir sehen, was da möglich wäre. Aber es ist halt gerade so ein bisschen, wir sehen einen Ferrari, aber er fährt halt noch wie ein VW Polo. Das stimmt, das stimmt. Und ich muss wirklich sagen, ich hoffe tatsächlich, dass wir diese Nazi-Kickass-Movies, so, dass wir jetzt gerade so auch diese Scheune geöffnet haben, dass wir da mehr von kriegen. Weil die machen Spaß, die sind abgedreht, die halten sich nicht an die historische Abfolge, sollen sie auch gar nicht, sondern sie sollen unterhalten und sie sollen spratzen. Und ja, also ich will da mehr von. Wenn sie jetzt sagen, jetzt bringen wir nächstes Jahr Sisu 2 und dann vielleicht noch Blood & Gold & Videothekenkarte in Gold oder whatever, 2, dann wäre ich dabei und würde sagen, ich gucke mir das auch noch an. Was ich dich noch fragen wollte, ist, wie fandest du eigentlich diesen Musik-Mischmasch aus Western Italo und deutschem Chanson, nennt man das, glaube ich. Allgemein habe ich eine Schwäche für Western-Ästhetik in solchen Filmen, wo sie eigentlich nicht richtig reinpassen, weil wir sind ja nicht in der Sierra Madre, sondern in irgendeinem deutschen Kaff. Fand ich ganz gut. Dieses deutsche Chanson wirkte mir oft ein bisschen zu aufgesetzt, immer so ein bisschen auf so, guck mal, wir haben gerade eine heftige Action-Szene und dabei hörst du dann Hildegard Knef oder so. Ich muss auch sagen, am Ende so die letzte Szene, wo dann nochmal Hildegard Knef oder Marlene Dietrich, ich weiß gerade nicht, sag mir, wo die Männer sind oder Soldaten sind, singt oder nee, sag mir, wo die Blumen sind, glaube ich, heißt es mal. Sag, wo die Blumen sind. Genau, toll, das ist ein toller Song, toller Chanson, aber das war mir dann auch ein bisschen arg too much, weil er dann wieder für sich eine Ernsthaftigkeit einverlangt, der Film, wo ich sage, nee, das hast du dir aber in den letzten 90 Minuten nicht gerade erarbeitet, mein Freund. Ich fand's okay, hätte es aber nicht gebraucht. Also die Western-Sache, das war total passend, weil es hat ja viel von dem Western, aber diese Chansons war so, ja, kann man machen, muss man nicht. Da geht's mir tatsächlich umgekehrt, also mich hat eher das Western-Mäßige so ein bisschen genervt, weil ich fand immer, wenn diese Chansons kamen und du dann von Starnfeld oder so gesehen hast, das hat den Ganzen nochmal, das hat es noch diabolischer gemacht, noch, fand ich immer, während mich das Western-Mäßige eher rausgebracht hat und ich eigentlich nur drauf gewartet hab, dass jetzt Juhl Brunner aus der Kirche kommt und sagt, alles klar, Jungs, it's showdown time. Das hat mich eher so ein bisschen rausgebracht, aber. Wäre immer ganz cool, wenn jetzt Peter Thorwart, wenn der Film auch wieder so ein Erfolg wird und da sieht es aktuell ja aus, dass der vielleicht mal ein Western dreht, das wäre auch, wäre auch geil. Es ist halt, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie schade, dass du vermutlich wirklich nur aufwändige Genre-Produktionen machen kannst, wenn du bei Netflix unter Vertrag bist, weil im Kino deutsche Genre-Filme ja wirklich komplett untergehen, also ich kann mich noch erinnern an diesen Gangster-Film mit Moritz Bleibtreu, Nur Gott kann mich richten, der ist ja ziemlich gefloppt, wobei das eigentlich auch, ich fand, ein ganz akkurater Film war, aber ja, vielleicht ist, müsstest du einfach eingestehen, dass so viele Schwächen und so viele Mist Netflix auch macht, aber sie sind immer noch ein guter Ort für Filmschaffende Personen, um sich ein bisschen außerhalb des gegen Klischees-Musters oder was weiß ich, auszuprobieren. Deswegen danke auf jeden Fall dafür, dass es solche Sachen wie Blood & Gold gibt, denn wenn ich es rückerinnere, was war der letzte große Nazi-Plotation-Film, wo Nazis gekickt werden? Siehst du, aber das ist ein Finisher-Film. Ähm, was war ein Matt Heidi? Ich hab den, ich hab den Trailer zwar gesehen. Das war so ein Schweizer, äh. Das ist Schweiz. Schweizer, ja, ja. Siehst du, die Schweizer machen jetzt solche Filme, das ist ja, kann nicht sein. Hm, naja. Naja, wir sind ja ganz gut dabei. Ja, ja. Gut. Also, guter Anfang. Ja, definitiv. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch hier genug gesagt über Blood & Gold. Ähm, was wir noch sagen können ist, dass ihr den Tele-Stammtisch findet im Internet. Wer nicht wisst, was das Internet ist, googelt es. Und dort findet ihr uns überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Website, www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr alle unsere Podcasts und Informationen zu unseren Redakteuren und Redakteurinnen. Und, äh, außerdem, äh, gibt's uns, wo gibt's uns sonst noch? Instagram und solche Sachen. Aber hab ich ja schon gesagt. Ja. Damit, oh, mir fällt gerade ein, wir haben gar kein Fazit gemacht. Aber ich glaube, es ist klar, wie wir den Film fanden, oder? Ja. Ja. Ja, ist gut. Anschauen. Spaß haben. Genau. Du bist so unglaublich weise, Sven. Das wollte ich dir schon mal sagen. Ja, das ist die Uhrzeit. Das ist die Uhrzeit. Ja. Das ist die Uhrzeit. Ja. Gut. Der Irrsinn kommt erst später. Ja, zu eurer Information, wir nehmen das hier am 24.05. um, oh, wir haben jetzt schon 11.13 Uhr vormittags auf, ja. Äh, okay. Ja, der, der, der frühe Wurm schlachtet die Nazi. So, also, ähm, Blood and Gold ab 26. Mai bei Netflix. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen, viel Spaß mit dem weiteren Podcast des Tele-Stammtischs. Ich sage noch einmal Chanson, weil das so ein schönes Wort ist, flieb mir gerade auf. Chanson, 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 Chanson. Wow. Wow. Okay. Ich merke gerade, ich habe mir gerade die Kontrolle verloren, deswegen sage ich jetzt Tschüss und Sven, dir gebührt das letzte Wort. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.